Liebe Leute, es ist wieder Mittwoch. Es ist wieder Zeit, auf die Straße zu gehen, in München, durch unsere Stadt zu ziehen. Unser Nachbarland Frankreich steht am Rande einer gelben Revolution. Die Bahner solidarisieren sich mit den Protestierenden und weigern sich, den grünen Pass zu kontrollieren. Die Gewerkschaften rufen zur Teilnahme an den Protesten auf. Italien steht so massiv auf, wie es das noch nie getan hat in den letzten Jahren. Liebe Leute, es ist Zeit, wieder auf die Straße zu gehen, auch für die, die das schon lange nicht gemacht haben. Ja, es ist auch Zeit für andere Formen des Protests, aber auch die regulären Demos, wo man sich anschließen kann, die braucht es. Wir als Protestbewegung sind jetzt attraktiver, als wir es je waren, denn für den Faschismus, den Big Pharma und Big Tech Hand in Hand mit korrupten Politikern durchdrücken wollen, für den ist Europa noch nicht bereit. Dies ist unsere Chance, dieses Jahr. Wir müssen für Wirbel sorgen. Wir müssen die revolutionäre Stimmung aus Italien und Frankreich als Rückenwind benutzen und auch in Deutschland fördern. Ja, ich weiß, die Auflagen nerven euch, die Auflagen nerven mich. Aber wenn wir erstmal Tausende sind, die da am Mittwoch stehen, was dann? Kommt mit. Auf die Straße. Einmal die Woche kann jeder auf die Straße. Wir sehen uns. Bis nachher. ZDK.